Boah, das war knapp, hast du den Punkt bekommen? Ich habe den Punkt bekommen. Hallo meine Freunde und willkommen zu einer weiteren Folge GGA5. Heute mit einer Map. Das Thumbtale sieht schon ziemlich lustig aus. Ich glaube man kommt da nicht direkt durch. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Die Farbe passt mir nicht. Oh ja, heißes Pink. Nein, natürlich Crew. Dann bin ich mal ein bisschen vorsichtig mit 500 und dann schauen wir einfach mal ein, was das so random so bringt. Für beste Sauberkeit und frische. Neu wird sie frisch duo aktiv. Hm, Windchatten, 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 Windchatten. Oh fuck, da habe ich jetzt ganz schön dran gedacht. Und dann habe ich die Stellung zurückgeschickt. Geldzug. Weniger Stromverbrauch. Geldzug. Keine Versicherungsschaden gehabt. Geldzug. Ja. Ja, das geht jetzt auch. Mit dem RTL 2 Versicherungsverlust. Bestehende Versicherungen prüfen lassen. Und hier habe ich bei Schadensteilheit Beifeld gezogen bekommen. Jetzt sicher auf RTL 2. Gass, Gass. Oh, boah. Der Dreckszug ey. Oh, ich sehe schon da oben. Die Map scheint wieder mit den Windrädern zu tun haben. Ja. Oh, du Okay. Whoa. Okay. So, schätzt mal dass man irgendwie so da hoch muss. Genau richtig. So und dann müssen wir mal richtig weiter. Oh Gott, 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 fahr, 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 fahr. Oh, nö. Oh, ist doch scheiße. Wir hatten hier die ganzen Rohre ins Weg gelegt, dude. Oh, 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 oh. Och, nö. Oh, nur weil der mich da stört. Ich störe mich nicht. Der blöde Sau, dude. Oh, er hat sich alle losgefesselt und ich kann vor. Gut. Oh, okay. Los, fahren, 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 nein, nicht fallen, fahren, ist auf jeden Fall eine sehr tricky map, eine sehr tricky map, tricky, 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 svilember, fahre, scheissen, tricky, Tricky 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 Und weiter, 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 weiter Da, ich hab den Punkt gekriegt Jetzt dürfts eigentlich kein Problem Das occurst Weil die nicht alle hier runterrutschen würden Ja, ich hab den Punkt gekriegt Boah Da hab ich gerade gedacht das trifft mich Boah, wir haben schon wieder den Punkt gekriegt, da fahr ich natürlich nach oben, dann wäre ich ja verrückt, wenn nicht, oh, ich sehe schon, da geht, ach scheiße, was soll ich denn da hinkommen. Boah, okay, da auf jeden Fall schon mal nicht. Ah, ich glaube, ich weiß wie. Ja, das war schon gar nicht so schlecht. Ich glaube, ich weiß schon, wie ich da hinkomme. Schau mir zu und lerne. Ja, Punkt gekriegt. Jawohl. Er hat auf jeden Fall den Trick gesehen. Boah, boah, das war knapp, ey. Ich habe schon den Punkt bekommen, ich habe den Punkt bekommen. Boah, was ist das denn? Boah, oh, oh. Er hat wohl schon den Punkt. Oh, ernsthaft? Boah, 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 nein, nein. Äh. Komm schon, komm schon. Oh, nee. Oh, nee. Boah, boah, krass, krasse Sache, krasse Sache. Geile Map, geile Map. Boah, 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 roger400. Getografพ, geileshirt, gitsurenAllev noch mal, überasına Allein beträchtige usement 나�ter und comfortsam Stimmen der Fallung, abgelegen können. Oh, oh, oh. Du, oh, oh ... Der hat mich wieder weggeschleudert. Ey. ernsthaft aber leute ich sehe schon das ziel ich sehe einfach schon das ziel ich dachte eigentlich die map wäre etwas schwerer aber ich habe es geschafft da ist falsch rum ja leute das war auf jeden fall runde 1 mit gleich willkommen zurück zu runde 2 ich starte mal die haben nicht eh alle keinen bock und wenn, haben sie Pech natürlich mein eigener T20 ich habe übrigens jetzt ein T20 ja ich war fleißig 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 dann machen wir das doch einfach mal Half Loop Climb bin ich mal darauf gespannt das ist das ist das ist das ist das ist so das ist das ist das ist das ist das ist Okay, war klar, war klar, aber ich würde sagen, ich habe bestanden. So, da scheint es runterzugehen. Schade, hätte ich doch mal zwei Runden eingestellt, denn da sehe ich schon das Ziel. Ja, Leute, das war eine kurze Runde 2, aber das war auch schon die Runde 2. Wir sehen uns gleich. Und schon sind wir in Runde 3, meine Freunde. Und wir starten, einer ist dabei, Lukas Lollmann, das könnte sogar ein Deutscher sein. Und wir haben die Runde 3, die Runde 3. Und grün mit Sprung. So, dann gucken wir mal, wie die abgeht. Oh, kein Guterstock. Ja, kein Guterstock. Ach, hier geht's nicht. Okay, die legt hier jetzt in die Baustelle. Oh, ich hab mir in den Kopf gestoßen. Mit welchen Händen wir haben? Okay. So, jetzt stellen wir mal ein bisschen an. Okay. Ich hab mir in den Kopf gestoßen. Ich hab mir in den Kopf gestoßen. Oh, wie funktioniert das? Ich hab mir in den Kopf gestoßen. Ich hab mir in den Kopf gestoßen. am Gebäude entlang, das ist gut gemacht, ok, ich mag solche Parcours Länge sowieso, Kletter, 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 ey ich bin zweiter. Nein, ich bin da vorbei, die fahren. Also nochmal hoch, ah jetzt habe ich es gesehen. Ich kriktisch, es bin ein bisschen erst. Ah, bocht, bocht, bocht. Ah, bocht, bocht, bocht. Ich habe noch mehr Anlauf. Noch mehr Anlauf. Noch mehr Anlauf. Nein, zurück aus. Pack. Jawohl. Ist klar. Ne? Oh, schon ein Punkt. Oh. Der ist halt jetzt, da ja. Oh. Vorsicht, äh, Dach. Oh. Boah, was ist das denn mies gebaut, ey? Oh nein! Ernsthaft? Ernsthaft? Kaputt. Aber noch scheint nicht auf dem ersten Platz zu sein. Die Web ist auf jeden Fall voll cool. Ich muss vorsichtiger fahren, oder? Und weiter hoch. Oh! 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 Vielen Dank.